hallo ihr lieben und herzlich willkommen zurück auf meinem kanal zu meinem neuesten video schön dass ihr wieder mit dabei seid ich möchte heute mit euch über urlaubslektüren sprechen ich werde nämlich ende juni in urlaub fahren und habe mir gedacht oder haben mir gedanken gemacht welche bücher möchtest du mit in den urlaub nehmen es wird ein strandurlaub wir fahren nach mallorca mit dem papa der kleinen zusammen natürlich wird das kein urlaub wie vorher man liegt sich am strand schlägt ein buch auf und arbeitet sich lesend von essen zu essen mit kleinkind ist das doch ein bisschen aktiver nennen wir es einfach mal so ja es wird mal das erste urlaub und ich habe aber trotzdem vor ein bisschen was zu lesen und möchte euch jetzt bücher vorstellen von denen ich mir gut vorstellen kann das ist ein super guter satz das ist ein schöner urlaubsroman werden könnte beziehungsweise habe ich ein paar davon selbst schon im urlaub gelesen und kann sie deshalb auch aus vollstem herzen empfehlen jetzt hat es an der tür geklingelt als ich euch gerade die ersten bücher zeigen wollte ja vier an der zahl sind das ist nämlich eine ganze reihe die one reihe von lowen blackley zum einen one dream das zweite heißt one love one passion und one kiss ja die bücher sind nicht besonders dick wie ihr sehen könnt deshalb eignen sie sich auch hervorragend um im koffer verstaut zu werden ich habe damals alle vier in gran canaria gelesen es geht um vier befreundete pärchen in manhattan es ist so schwer vier bücher gleichzeitig zu zeigen es geht um vier befreundete pärchen in manhattan jeder hat sein eigenes päckchen zu tragen jeder hat seine eigene lebensgeschichte jeder hat ja einfach probleme und mindset das in dem buch ergründet wird ich lese euch einfach mal schnell die klappentexte vor damit ihr wisst um was es geht und euch ein bild davon machen könnt ob das vielleicht was für euch wäre sie sind halt super leicht das heißt man kann am strand liegen hat ja immer nur eins dabei in der regel und man kann sie einfach auch so lesen ohne dass der klappen dass der brücken verknickt wird ich liebe es deshalb ist das die perfekte urlaubslektüre so ich erzähle euch jetzt mal was in band eins geht die schönsten dinge sind die verbotenen er wie hat den perfekten job gefunden um ihren studienkredit zurückzuzahlen sie ist die nanny der hinreisenden kleinen hayden deren alleinerziehender vater seien zahlt allerdings nicht nur ausgesprochen gut er sieht auch verdammt gut aus bald hegt er die gedanken die definitiv nicht in der jobbeschreibung standen und auch seien scheint durchaus an ihr interessiert als er sie um hilfe bittet seine französischkenntnisse für einen business deal aufzubessern kommt er ihr gefährlich nahe aber jeder weiß dass der boss tabu ist und nummer eins band nummer zwei eine verlorene liebe eine unverhoffte zweite chance penny steckt in der klemme die junge tierheimleiterin braucht für ein event noch dringend einen caterer ihre letzte hoffnung ist der neue star koch in new york gabriel ausgerechnet gabriel und sie haben sich vor einigen jahren in barcelona hals über kopf verliebt und ein paar leidenschaftliche nächte miteinander verbracht doch zum geplanten wiedersehen in new york ist gabriel nie erschienen wie soll sie ihm jetzt bloß gegenüber treten wird er sie noch wieder erkennen und was wenn sie ihn immer noch so anziehen findet wie damals band nummer zwei kommen wir zu nummer drei was tun wenn dein ex plötzlich wieder vor der vor dir steht so charmant und heiß wie eh und je vor einigen jahren hat er ihr das herz gebrochen jetzt läuft er ausgerechnet beim joggen im central park in new york wieder über den weg die lani hat ihre große liebe teiler noch lange nicht vergessen vergeben hat sie ihm allerdings auch nicht und als der erfolgsverwöhnte extrem attraktive anwalt ist tatsächlich wagt sie um ein day zu bitten lässt sie ihn abblitzen schließlich ändern sich menschen nicht oder er hat ihr schon einmal verdammt wehgetan das braucht sie kein zweites mal doch dann überrascht teiler sie mit einer aktion mit der sie nicht gerechnet hätte und last but not least band nummer vier gegen den herz hat der kopf keine chance nicole weiß alles über beziehungen immerhin moderiert sie eine dating show deshalb glaubt sie auch definitiv nicht an die große liebe und wünscht sich trotzdem von herzen ein kind der kollege rider hat derweil ganz andere sorgen er soll für die show in zehn dates eine frau für sich gewinnen dabei ist er überzeugter single allerdings ein ausgesprochen gut aussehen da findet nicole und hat die perfekte lösung für sie beide sie wird weiter wird für die show daten er hilft ihr bei ihrem baby problem niemand verliebt sich alle sind glücklich ganz einfach oder band nummero vier ich persönlich muss sagen mir hat band vier am besten gefallen weil ich fand dass das einfach mal ein ganz neues thema war ganz andere problematik in einem buch ich kann die reihe wirklich sehr 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 empfehlen ich finde sie ist sehr handlich sie ist sehr locker flockig geschrieben man kommt gut durch die bücher und hat am ende ein ja eine schöne reihe beendet dann würde ich euch auch noch diese reihe hier ans herz legen trusted love zurück zu uns ist der erste band trusted love nur mit dir ist der zweite band beide von der lieben annika wirz geschrieben ich durfte im blogger team sein und das ist aber nicht der grund warum ich euch die bücher jetzt vor die linse halte nein ich habe die bücher nämlich wirklich super super gerne gelesen ich habe die protagonisten gemocht ich mag annikas schreibstil ich bin einfach groß spiegel total das ist eine glänzende oberfläche ich bin einfach total begeistert von der reihe sie geht ans herz sie ist aber auch sehr 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 humorvoll geschrieben was ich dann auch bei schwierigen thematiken immer ganz gut finde wenn so zwischendurch das ganze ein bisschen mit 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 humor aufgelockert wird in band 1 geht es um lou lou ist vor neun jahren aus ihrer heimat geflüchtet und hat dem lieben lukas damit das herz gebrochen jetzt ist sie zurück in der stadt für eine hochzeit und wippelt da mächtig staub auf aber hört euch auch den klappentext an dann wisst ihr auch um was es geht das macht Sinn neun jahre hat lou keinen fuß in ihre heimat gesetzt zu schlimm sind die erinnerungen an ihren unfall und an das was sie mit ihm verloren hat aber nun heiratet ihre beste freundin und die bitte ihre trauzeugen zu sein kann nun nicht ausschlagen auch wenn es bedeutet sich nicht nur der vergangenheit zu stellen sondern auch ihrer jugend liebe lukas wieder zu begegnen das heftige herz pochen in seiner gegenwart zu ignorieren fällt lou mit jedem tag schwerer und in ihr erwacht eine sehnsucht die sie viel zu lange unterdrückt hat dann holt die vergangenheit sie ein und lou muss eine entscheidung treffen die alles zerstören konnte band numero uno kommen wir zu meinem favorite band ich bin nämlich ein absoluter phil fan phil ist einfach unabhängig davon dass der darsteller auf dem cover mega hübsch ist phil ist einfach ein charakter den man lieben muss ich sag es einfach so ich kenne niemanden der sagt phil ist kacke phil ist einfach ja so ein richtiger book boyfriend ich sag's euch charmant liebevoll und leider ein absoluter frauenheld so würde victoria ihren besten freund phil beschreiben ein typ mit dem sie nächtelang um die häuser ziehen arm in arm durch die stadt schlendern und stundenlang telefonieren kann niemals hätte sie sich vorstellen können dass ihr herz einmal in seiner gegenwart schneller schlägt und ihre sehnsucht nach ihm größer wird bis phil sie plötzlich küsst und damit ihre komplette welt auf den kopf stellt er setzt alles daran victoria endlich ihre gefühle zu entlocken doch keiner der beiden ahnt wie gefährlich fürs vergangenheit für sie werden könnte und plötzlich ist es nicht mehr nur victoria die sich fragt ob ihre liebe es wert ist alles zu riskieren wenn man noch so viel mehr verlieren könnte sehr sehr schön und das besondere für mich war dass victoria in einem brautmoden laden gearbeitet hat der ihr halt auch gehört und das einfach auch mal was komplett neues für mich war dass beide protagonisten wirklich ein erfolgreiches unternehmen führen phil ist nämlich auch geschäftsführer einer einer firma in schottland deshalb lebt er auch nicht mehr dort in der heimat aber normalerweise ist ja so ein büchern der eine ist so ceo oder so was und der andere ist praktikantin ist also diese diese macht verteilung ist oftmals in büchern ja ganz ganz weit voneinander entfernt von daher fand ich ganz cool dass hier beide quasi geschäftsführer sind und beide mit beiden beiden vollem leben stehen ich kann euch die reihe wirklich nur wärmstens empfehlen ich habe ich glaube man zweit innerhalb von anderthalb tagen durchgesuchtet und der hat einige seiten 400 schlag mich tot also fast 500 seiten aber die geschichte ist einfach so schön auf jeden fall würde ich die im urlaub auch weg suchten wollen das nächste buch das ich euch zeigen möchte habe ich selbst auch schon gelesen und das ist bestimmt schon fünf sechs jahre her 2018 würde ich jetzt einfach mal schätzen ich müsste noch mal bei lovely books gucken wann ich das gelesen habe wild blumen sommer von katherine taylor sieht auf den ersten blick total schön sommerlich locker easy peasy aus hat aber eine thematik die ja nicht so easy peasy ist es geht nämlich um sowie sowie ist krank sie hat ein aneurysma und ja das muss dringend operiert werden aber sie beschließt halt noch mal an einen ort zu fahren der einerseits immer in ihrem herzen sein wird andererseits aber auch mit schlimmen dingen verknüpft ist ihr bruder ist dort gestorben und sie möchte einfach noch mal dorthin fahren ja es ist irgendwo schwere kost aber die autorin schafft es halt auch mit ihrem schreibstil und auch sehr vielen dingen die das ganze auflockern dass das buch wieder ein bisschen leichter zu lesen ist ich habe mir damals gar nicht so viel davon versprochen ich fand das cover schön habe es damals ich muss sagen ich habe es bei rewe gekauft weil mir das cover gefallen hat und ja ich habe das bei einem rewe kauf erwarte ich gar nicht so viel ich dachte einfach auch ja ein schöner sommerroman der klappentext klang ganz gut wenn auch ein bisschen düster aber ja ich wurde sehr 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 positiv überrascht ich habe nach dem beenden auch gesagt das hat potenzial für ein jahres highlight weil es mich einfach komplett mitgenommen und abgeholt hat deshalb würde ich auch jedem dieses buch als sommerlektüre empfehlen setze ich in den garten lese das buch ich habe noch ein zweites von ihr das möchte ich jetzt im sommer auch unbedingt lesen bin sogar überlegen ob ich es mit in den urlaub nehmen soll aber ich erzähle euch jetzt mal um was es hier geht ein unvergesslicher sommer sie passt schon wieder so wie steht vor einer schweren entscheidung eine hoch riskante op soll ihr leben retten spontan beschließt sie noch einmal nach cornwall zurückzukehren dort erlebt sie vor 14 jahren ihr größtes glück und ihren schlimmsten albtraum nun endlich will sie die geheimnisse jenes sommers klären erneut trifft sie auf ihre große liebe jack erneut schöpft sie hoffnung auf ein leben an seiner seite aber die schatten der vergangenheit drohen auch ihre zukunft zu zerstören ich habe das gefühl in diesen büchern geht es viel um vergangenheit die einen einholt aber ja ich fand das buch einfach schön und wie der klappentext schon sagt ein unvergesslicher sommer es sollte vielleicht im sommer gelesen werden last but not least habe ich noch zwei bücher für euch es ist eine reihe eine dialogie und ich habe so das gefühl dass die reihe sich sehr gut als sommerlektüre eignet ich habe sie beide noch nicht gelesen aber habe es definitiv im sommer vor sweet at heart und sweet like you das ist hier der erste band ja das ist der zweite band der honey springs reihe und wenn man sich die klappentexte anschaut kriegt man so ein absolutes gilmore girls feeling habe ich so empfunden und irgendwie wenn ich an gilmore girls denke denke ich an lorelei und ihre verrückte art die immer gut gelaunt ist und jeden dazu bringt sie zu mögen und irgendwie habe ich so das gefühl das könnte bei diesen büchern auch passieren und ja wenn man dann hier so ein etwas traurigen aber traurig schönen sommerroman hat hat man hier schätzungsweise ich kann es ja nicht genau sagen eine lockeren sommerroman würde ich jetzt einfach mal behaupten ja in band eins geht es um kassie wilkerson honey springs ist eine kleine stadt in kalifornien die für den dort hergestellten honig bekannt ist für kassie wilkerson ist es der ort an dem sie sich das erste mal verliebte doch das ist lange her inzwischen lebt sie in new york und kehrt nur für die testamentseröffnung ihrer tante zurück doch anstatt wie erwartet irgendeine kleinigkeit zu erben ist sie plötzlich besitzerin einer farm samt inkerei und soll zudem noch für drei wochen das amt ihrer verstorbenen tante als bürgermeisterin übernehmen bitte was kassie kann nicht bleiben sie hat einen job in new york und sie hat angst vor bienen verdammt noch mal aber um ihre tante willen lässt sie sich auf diese drei wochen ein schließlich hat sie hilfe zum beispiel von nick porter damals ihr erster freund und heute der chef imker ihrer farm allein der klappentext klingt schon mega mega witzig kommen wir zu band nummer zwei in der kleinen kalifornischen stadt honey springs dreht sich alles im honig vom buchladen bis zur baseball mannschaft der schule den honey hornets alle sind stolz auf das besondere markenzeichen ihrer stadt und zeigen das auch nur einer nicht patrick manning der besitzer des coffee shops weigert sich beharrlich seinem geschäft einen honig inspirierten namen zu geben und das ärgert madison porter die assistentin der bürgermeisterin jeden tag aufs neue vor allem weil sie in dem laden selbst eine eisdele eröffnen wollte und patrick ihr die immobilie vor der nase weggeschnappt hat der kerl ist einfach unausstehlich daran ändert auch nichts dass ihr herz jedes mal einen kleinen hüpfer macht wenn sie sich streiten also das ist absolutes look feeling wer killmogers geschaut hat der weiß genau was ich meine der hat sich nämlich auch mit seinem nachbarn gezofft der nebendran eisdele eröffnet wollte und er möchte seinen laden auch nicht an die feiertage die verrückten anpassen und es passt einfach dieser patrick ist einfach luke ich sage es euch und ich habe gerade jetzt wo ich euch davon erzählen wie das so bock das buch oder die bücher zu lesen ich glaube ich werde sie tatsächlich mit in urlaub nehmen ja 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 das finde ich gerade sehr sehr passend ja das waren jetzt auch meine tipps und vorschläge für den sommer ihr könnt mir ja gerne mal in die kommentare schreiben was ihr sommerliches geplant habt fahrt ihr weg bleibt ihr hier welche bücher begleiten euch über den sommer hinweg schreibt mir gerne in die kommentare und ich verabschiede mich jetzt von euch wünsche euch noch einen wunderschönen tag und hoffe wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder tschüss